Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ultimer XL hier auf dem Gästefeld. Wir sind mit dem Fiat Agri und der Krone Big Pack der 12080 am Strohballenpressen. Die wird teilweise einlagern werden, teilweise verkaufen werden. Ich möchte aber auch testen, ob wir mit einem Ladewagen verkaufen können. Da hätte ich auf jeden Fall Spaß dran. Ich würde aber sagen, wir machen noch ein, zwei Runden mit der Big Pack und dann gucken wir mal weiter. Ich habe im Übrigen den Nvidia-Filter etwas verändert. Ich habe ein bisschen mehr Farbe gegönnt, damit es ein bisschen farblicher ist. Vielleicht gefällt euch das ja. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich zeige euch gerne nochmal mit Filter, ohne Filter, mit Filter, ohne Filter. Vorher hatte ich das tatsächlich, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Vorher hatte ich hier ein klein wenig Kälter das Ganze, irgendwie auf minus 20 und hier auch irgendwie auch so um den Dreh. So sah es vorher aus. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, ein klein wenig mehr Farbe zuzulassen. Wie gesagt, ohne Filter, mit Filter. So sieht das Ganze doch ganz gut aus. Wir starten den Motor. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Also ich muss nicht, aber es wäre nicht schlecht, denn in 10 Minuten kommt mein Essen. Ich habe mir jetzt auf den Sonntag einfach mal gegönnt, mir was für Essen zu kaufen, beziehungsweise zu bestellen. Ein Burger und Knoblappbrot. Hatte ich Bock drauf. Das kommt gleich. Ich habe immer noch meinen Joystick hier. Ähm, die Konsole liegt quasi hinter mir auf dem Boden. Ich kann schon mal spoilern, das Video, wenn das hier rauskommt, ist das Video zu der Seitenkonsole schon draußen. Denn ich dürfte Mitte nächster Woche fertig werden und diese Folge kommt deutlich später raus. Ich bin ja so ein bisschen am Vorproduzieren. Schaut gerne in das Video von der Seitenkonsole rein. Und Spoiler, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gab die eine oder andere kleinere Katastrophe. Ähm, ja, so viel dazu. Vielleicht kann ich die eine oder andere Katastrophe noch abwenden und zu was Gutem führen. Aber insgesamt sieht es gar nicht. Also insgesamt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe aber hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gefuscht. Und das sieht man denn leider auch. So, wir machen, würde ich sagen, diese und noch zwei Bahnen. Und danach werden wir auf den Ladewagen umsteigen. In der Hoffnung nach wie vor, dass wir hier auf der Karte mit dem Ladewagen Stroh verkaufen können. Was wir machen könnten, ist mit dem Ladewagen bei uns in das Strohlager einzulagern. Dann wird es automatisch zu ballen. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Ähm, aber zum Verkaufen wird mir das tatsächlich reichenlosen Stroh zu verkaufen. Und ich glaube, mein Essen ist gerade auf den Hof gefahren. Wir werden es gleich sehen, wenn es klingelt oder auch nicht klingelt. Das ist hier die Frage. Und hier der Fiat Agri, der zieht ordentlich durch. Im Übrigen, ich habe nochmal... Ich war ja der Meinung, dass ich die REA-Mods deaktiviert habe. Aber scheinbar war das nicht der Fall. Scheinbar hatte ich die REA-Mods teilweise noch drauf. Ich habe die jetzt nochmal alle rausgelöscht. Außer einen speziellen REA-Mod, den ich vorher nicht drauf hatte. Also mit Glück dürfen die Krone-Trailer jetzt nicht mehr schwimmen. Das wäre natürlich fantastisch. Das wäre genau das, was ich mir wünschen würde. Dass die Krone-Trailer jetzt gerade da stehen bleiben, wo sie stehen bleiben sollten. So, das war dann die letzte Bahn, die ich für uns pressen wollte. Der Rest wird verkauft. Das heißt, wir düsen mal einen schnell zum Hof, holen den Ladewagen. Und ja, wenn alles gut läuft, dann vereinfachen wir uns damit den Job. Zumindest ist das so der Plan von mir. So, let's go! Attacke, gib ihn! Auf zum Hof! Das ist aber auch jedes Mal eine Stolperstrecke. Das ist ja unglaublich, ey. Aber nun ja, deswegen mögen wir die Karte ja so. So ein bisschen zumindest. Und jetzt bin ich leider zu weit gefahren. Denn die Big Pack kommt natürlich nach da oben. So, mal gucken, ob wir die da hinkriegen. Allerdings möchte ich nicht sehr schnell fahren, okay. Acht Kammer gehört zu mir, geht nicht. Sehr interessant. Nun ja, dann schnappen wir uns jetzt gleich mal einen unserer wunderschönen Krone-Ladewegen. Äh, Klaas, nicht Krone, sorry. Und dann geht's rund beim Verkauf in der Hoffnung, dass das funktionieren wird. Und, so, schön geschmeidig rückwärts hier ran. Da hängen wir die mal ab. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Feld. Da fahren wir mit dem kleinen Sprint 445k und fahren tatsächlich neben der Spur und lassen deswegen einige stehen. Das wollen wir natürlich nicht. Also wieder aus der Innperspektive. Und drückt mir die Daumen, dass wir die Ball, dass wir es verkaufen können und nicht alles zu Ballen pressen müssen. Ansonsten, ansonsten könnten wir es auch andersrum machen. Wir fahren, äh, denn alles mit dem Ladewagen in unser Strohlager rein. Und, äh, die Ballen, die jetzt gepresst sind, die verkaufen wir. Das wäre natürlich auch noch ein Deal. Bin ich mal gespannt. Im Übrigen machen wir heute mal eine Folge ohne Zeitraffer. Müssen wir nicht in jeder Folge machen. Und ja, ich hoffe, ah, ich hab richtig Bock auf die Seitenkonsole, wenn die fertig ist. Ähm, dafür kommen, also in den nächsten zwei Tagen die letzten Teile und dann muss ich das Ganze noch spachteln und lackieren. Das heißt, am Ende der Woche wird es fertig sein, vermutlich. Ah, und das wird, ha, schön. Denn, ich freue mich auch schon aufs Mais-Hexel-Event hier auf der Karte. Denn ich habe gesagt, zu dem Mais-Hexel-Event möchte ich die Konsole fertig haben. Das ist der Plan. Und dann wird das alles richtig toll und fantastisch. So erhoffe ich mir das zumindestens. Ja, hier links, hier rechts ist erstmal unsere Wiese. Hier links sind, äh, was haben wir hier angepflanzt? Äh, Sojabohnen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ganz schick. Und wir düsen hier in Richtung Stadt rechts von uns. Ist denn der Verkauf von dem ganzen Quark? Joa, ne? So ist ein bisschen der Plan. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. So. Kann ich ja hier rechts direkt irgendwie auf dem Hof fahren? Oder muss ich jetzt einmal ganz außen rum? Es scheint zu gehen. Okay. Hier hinten ist nämlich... Äh, doch nicht. Aber die... Hier rechts muss ich hin. Was ich aber sehe, ist ein Zaun. Das ist ja doof. Und dann muss ich wohl doch die kleine Runde fahren. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Hier will ich hin. Oha. Da habe ich den Ladewagen ein bisschen verkeilt. Das ist natürlich nicht so schlau. So. Ein bisschen größeren Bogen. Und wenn wir Glück haben... Abladestation ist relativ klein. Ja. Money. Wupp, wupp. Schön. Da fließt das Geld. Nicht sehr viel. Aber ich sage mal, Geld ist Geld. Und ganz ehrlich... In echt kriegst du, glaube ich, nicht so viel Geld für das Stroh, was du hier bekommst. Ein Ladewagen voll für... Über 1.000 Euro. Ich glaube, das bringt weniger im Real Life. So. Ich würde sagen, ich fahre jetzt den ganzen Quark noch ein. Äh. Oha. Größerer Wendekreis. Also. Ich verkaufe jetzt den ganzen Kram. Und ich bringe auch schon die anderen Strohballen in ihr Lager. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da muss ich... Ich plane noch nicht so weit. Ich weiß noch nicht so wirklich, was wir da machen werden. Aber bestimmt was Spannendes. Und dann mit der Seitenkonsole. Ich bedanke mich. Dorn hier nach oben. Wäre fantastisch. Bis dann. Danke. Und ciao.